Lassen Sie uns heute doch mal über das Thema Sicherheit reden. Denn immerhin, einer Rechnungssoftware wie Easybil, vertrauen Sie ja sensibelste Daten an. Seien es Ihre Kundendaten, seien es Ihre Umsatzzahlen, allgemein Daten, bei denen Sie zurecht sicherstellen wollen und sicherstellen müssen, dass die nicht in falsche Hände geraten. Diese Verantwortung, die nehmen wir bei Easybil sehr ernst und setzen daher stets aktuellste Verschlüsselungs- und Sicherheitsmechanismen ein. Der Schlüssel zu Ihren Daten, der liegt aber auf Ihrer Seite. Der Schlüssel liegt bei Ihnen und bei den Mitarbeitern, die gegebenenfalls eigene Zugänge haben. Nämlich Benutzername und Passwort. Ist das Passwort sicher genug gewählt? Ist sichergestellt, dass das nicht auf mehreren Plattformen genutzt wird? Wie Sie Ihren Easybil Account so sichern können, dass Benutzername und Passwort alleine gar nicht für den Zugriff ausreichen? Und welche weiteren Sicherheitsmaßnahmen Sie in Ihrem Easybil Account aktivieren können? Das möchte ich Ihnen heute in diesem Video einmal zeigen. Schauen wir uns zunächst mal die Sicherheitseinstellung an, die jeder Mitarbeiter sehen kann, der einen eigenen Easybil Account hat. Nämlich, wenn ich hier oben rechts auf den Benutzernamen klicke, in der blauen Leiste, kommt hier drunter direkt der Punkt Sicherheit. Hier sehe ich jetzt schon mal in Rot, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung 2FA deaktiviert ist. Meine dringende Empfehlung an Sie, aktivieren Sie diese Funktion. Das heißt nämlich, dass Benutzername und Passwort alleine nicht ausreichen, um einen Zugang zu Ihrem Easybil Account zu bekommen. Denn es braucht zusätzlich ein Smartphone, auf dem die entsprechende Autorisierungs-App installiert wurde, die 30 Sekunden gültige Codes generiert. Und nur wenn ein solcher Code eingegeben wird, der in dem Moment gültig ist, hat man Zugang zum Account. Wenn ich das jetzt mal aktiviere, werde ich gebeten, mein Passwort einzugeben, um das zu bestätigen. Das mache ich auch einmal. Und dann sehe ich hier einen QR-Code und zwei Beispiele für Apps, die ich nutzen kann. Unsere Empfehlung wäre hier die App Authy. Wenn ich die nämlich einmal öffne und sage hier mal Add Account, dann werde ich gebeten, einen QR-Code zu scannen. Das tue ich jetzt auch mal. Da haben wir ihn. Und jetzt muss ich dem Zugang nur noch einen Namen geben. Ich nenne ihn jetzt hier mal Easybil, speichere das. Und dann sehe ich hier eine Uhr, die immer runterläuft und 30 Sekunden lang den Code gültig macht. Ich gebe den Code jetzt hier ein, sage Abschicken. Und erst jetzt kann ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Die ist jetzt aktiv. Ich kann mir zusätzlich jetzt hier eine PDF-Datei erstellen lassen und runterladen. Diese PDF-Datei enthält dann hier diese Codes, die als Wiederherstellungscodes dienen können. Wenn ich mal das Handy nicht dabei habe oder wenn ich das Handy verloren habe, das Handy defekt ist, mein Handy gewechselt wurde und ich vergessen habe, die App aufs neue Handy zu übertragen, dann habe ich mit diesen Codes die Möglichkeit, trotzdem Zugang zum Account zu bekommen. Weiterhin kann ich auch noch eine Handynummer hinterlegen, vielleicht von einem alternativen Telefon. Auch das zur Sicherheit, wenn ich auf das eine Smartphone keinen Zugriff habe, dass eine SMS an eine andere Nummer beispielsweise ausgelöst wird und ich damit dann mir den Account öffnen kann. Darunter sehen wir jetzt eine Liste aller aktiven Sitzungen. Hier ist jetzt eine Sitzung aktiv, weil ich mich natürlich immer auslogge, vorschriftsgemäß am Ende der Arbeit mit EasyBill, lasse ich den Account aber offen, schließe einfach nur den Browser beispielsweise, dann bleibt diese Sitzung erstmal aktiv. Wenn ich hier jetzt allerdings Sitzungen sehen würde, die ich nicht zuordnen kann, vielleicht aus einer anderen Stadt, vielleicht von einer IP-Adresse, die nicht zu mir gehört, wo ich sehe, das kann gar kein Gerät sein, auf das ich Zugriff habe, dann kann ich hier diese Sitzung auch jederzeit beenden und schmeiße denjenigen aus dem Account heraus. Und der kann dann nicht mehr damit weiterarbeiten. Natürlich aber, das ist etwas, was nicht passieren kann, wenn Sie diese Zwei-Faktor-Identifizierung nutzen, weil dann braucht er ja eh ihr Smartphone, um sich einzuloggen. Aber Sie sehen so auf diese Weise auch immer, wer ist da vielleicht eingeloggt, der da gar nicht hingehört. Und wenn es so eine Anmeldung gibt über ein Gerät, das wir bislang noch nicht kennen, mit dem Sie bislang in Ihrem Easy-Bill-Account noch nicht eingeloggt waren, dann kriegen Sie darüber auch eine E-Mail-Benachrichtigung. Die könnten Sie hier deaktivieren. Unsere Empfehlung natürlich, lassen Sie die aktiv. Lassen Sie sich informieren, wenn wir ein neues Gerät erkennen, damit Sie sicherstellen können, ach nee, das war ich, ich habe einen neuen Rechner, ich habe ein neues Handy, ich habe einen neuen Laptop, das passt schon so. Oder eben, oh, ich habe mich ja gerade gar nicht eingeloggt, da muss irgendjemand jetzt im Account sein, der da nicht hingehört. Daher dringende Empfehlung auch hier, diese Funktion aktiviert zu lassen. Das sind diese Einstellungen, die jeder Mitarbeiter, der ein Easy-Bill-Account hat, vornehmen kann. Sie sehen übrigens als Administrator, wenn Sie Administrator-Rechte haben und den Menüpunkt Meine Firma Mitarbeiter Zugänge verwalten aufrufen, hier auch immer die Liste aller Ihrer Mitarbeiter, die eigene Zugänge haben und können überprüfen, haben die vielleicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht aktiv. Wenn Sie möchten, dass alle die aktiv haben, können Sie das an dieser Stelle übrigens immer dann prüfen. Es gibt aber noch weitere Sicherungsmerkmale oder Sicherheitseinstellungen, die Sie treffen können, als Administrator. Und zwar, wenn Sie hier oben rechts nochmal auf den Benutzernamen klicken, gibt es hier nämlich noch die Kontosicherheit. Die steht nur Administratoren zur Verfügung. Hier können Sie zum einen aktivieren, dass die Funktion, das Gerät zu merken, deaktiv wird. Was ist das für eine Funktion? Wenn ich diese Zwei-Faktor-Authentifizierung nutze, dann kann ich beim Login sagen, liebes Easy-Bill, merkt dir dieses Gerät bitte für 30 Tage und bitte mich 30 Tage lang nicht um die Eingabe eines zweiten Faktors. Wenn Sie sagen, das möchte ich nicht, dass meine Mitarbeiter das nutzen können, wir sollen jedes Mal beim Login, egal ob ich am gleichen Gerät jeden Tag arbeite, immer diesen zweiten Faktor eingeben, dann können Sie diese Funktion damit ausstellen und der Mitarbeiter kann halt nicht mehr wählen, dass ein Gerät für 30 Tage gemerkt werden soll. Sie können Vorgaben für das Passwort machen, nämlich Sie können die Mindestlänge des Passwortes hier festlegen. Das sind hier im Standard 8 Zeichen, Sie können das aber beliebig hoch verlängern an der Stelle, damit neu vorgebene Passwörter, alte werden dadurch nicht invalidiert, aber neu vorgebene Passwörter müssen dann eben diesen Vorgaben entsprechen. Und zusätzlich, wenn Sie jetzt beispielsweise möchten, dass die Mitarbeiter nur im Büro sich in ihren Easy-Bill-Account einloggen oder in inhaltsspezifizierten Locations, vielleicht im Homeoffice, dann können Sie hier IP-Bereiche eingrenzen, von denen aus die Mitarbeiter mit Easy-Bill arbeiten dürfen. Findet ein Login aus einem IP-Bereich statt, der hier nicht hinterlegt wurde, ist der Login nicht möglich. Also auch das, da haben wir zum Beispiel Kunden, die sagen, die Mitarbeiter sollen nur im Büro mit Easy-Bill arbeiten, keiner soll sich in der Freizeit von zu Hause in die Daten einloggen, da wollen wir einfach sicher gehen, dass da kein Missbrauch betrieben wird, dann könnte man hier den IP-Bereich des Büros hinterlegen und niemand kann sich von außerhalb des Büros dann in den Account entsprechend einloggen. Zusätzlich machen wir auch noch Vorgaben für das Passwort, nicht nur Sie über die Länge, sondern auch wir, wenn ich jetzt nämlich mal hier Profil und Einstellungen aufrufe und ein neues Passwort vergeben möchte, dann, der Passwortmanager schlägt mir natürlich was vor, aber wenn ich jetzt anfange, hier was einzutippen, dann sagt mir das System schon mal, oh, das ist noch zu unsicher. Ich muss mindestens die Stärke moderat erreichen, es müssen mindestens acht Zeichen sein, es müssen Großbuchstaben dabei sein, es müssen Zahlen dabei sein, es müssen Sonderzeichen dabei sein, erst dann, wenn es mindestens moderat ist, kann ich dieses neue Passwort speichern. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, mit welchen einfachen Mitteln Sie Ihren Easy Bill Account somit vor unbefugten Zugriffen schützen können und lege Ihnen dringend ans Herz, das für Sie und auch für die Mitarbeiter, die eigene Zugänge haben, schnellstmöglich umzusetzen. Wenn Sie das Ganze noch mal nachlesen möchten, ich habe Ihnen auch einen Link in die Videobeschreibung reingesetzt, der zu unserem Hilfe-Center führt, wo diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen noch mal erklärt sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, wenn Sie das nächste Video direkt aufrufen und sage, bis zum nächsten Mal.